Hallo ihr Lieben, einen wunderschönen guten Abend. Ja, ich freue mich, dass ihr hergefunden habt, reinschaut, dabei seid. Jetzt bei diesem neuen allgemeinen Reading gelegt auf dein, euer Herzblatt. Ja, wie steht er zu euch oder sie? Wo soll es hingehen? Wo gibt es hier noch Thematiken, bevor das mit euch hier glücklich weitergeht? Und was möchte er vielleicht auch sagen oder mitteilen? Ja, das ist das, was ich jetzt legen möchte, worauf ich legen möchte. Ein bisschen mehr ins Detail und wir schauen mal, was uns dein, euer Herzblatt uns sagen will. Ja, ein herzliches Willkommen an alle Neuen, die hergefunden haben. Und kurz zu mir, ich heiße Christel Weiß, bin Psychotherapeutin, Therapeutin für systemische Ausstellungen, Meditationskursleiter, Gymnose-Therapeutin und schon ganz lange spirituelle psychologische Lebensberaterin. Ja, das alles, sicherlich auch meine normalen Berufserfahrungen spielen hier in die Kartenlegung mit hinein. Darum ist sie, wie sie ist. Und ich hoffe, ihr fühlt euch davon angesprochen, mitgenommen, unterstützt, weitergebracht. Das wäre mein Wunsch für euch. Ja, ein herzliches Willkommen und jetzt viel Spaß bei dieser Legung an alle. Danke, dass es euch gibt. Ich weiß, es gibt viele, die schon ganz lange mit mir gehen. Ich danke hier ganz besonders für eure Treue, für euer Verständnis, für euer Hiersein, hinter mir stehen, bei mir sein und die Wertschätzung, die ihr auf ganz vielen Wegen zu mir findet. Ganz lieben Dank. Ja, jetzt starten wir durch mit deinem, eurem Herzblatt und hier mit dem Licht- und Schattentaro von Chris N. Und wir gucken mal, was uns hier jetzt gleich vielleicht entgegenspringt. Ja. Na, da bin ich jetzt gespannt, was sich hier jetzt für einen Mann zeigt. Oder auch eine Frau. Ist durchaus möglich. Da, gut. Jawohl, die Welt. Da hat jemand ganz viel für sich erfahren dürfen, ganz viel gelernt, ist weitergegangen für sich selbst, hat Meisterschaften hinter sich gebracht in seinem Wachstum, in seinem Aufstieg und steht jetzt hier mit dieser Welt mehr oder weniger wieder am Anfang. Am Anfang vor einem Neubeginn, der hoffentlich recht erfolgreich ist und letztendlich gesehen hier jetzt auch in eine sehr positive Zeit gehen soll. Ja, das wünsche ich euch und wünsche ich ihm, dass er hier jetzt sehr stark bei sich angekommen ist. Wir haben hier die Königin der Stäbe. Ja, wenn der Herr dich da so sieht, dann bist du jemand, die vielleicht auch ein bisschen jünger ist, wenn nicht vielleicht auch jünger aussieht. Ziemlich genau, was sie will, sehr optimistisch ist, sehr mutig, sehr entschlossen, die weiß, was sie will. Und das ist sehr faszinierend, unter Umständen auch selbstständig. Kann sein, muss nicht sein, aber jemand, die im Leben vorwärts geht. Sehr motiviert, sehr mitreißend, wenn man das so nennen will. Ja, also das Leben leben will und auch er leben will und natürlich auch weiterkommen möchte für sich selbst. Das ist jemand, die ganz viel Energie und Kraft hat und das ist etwas, was ihn hier ganz, ganz dolle anzieht. Du hast hier Superkarten dabei. Du bist hier erleuchtet. Du weißt, was du willst. Du hast die Liebe bei dir. Du hast sie in dir gefunden. Das sagen auch die Farben auf dieser Karte und wie du auch, oder was du auch ausstrahlst, alleine hier von der Karte her, ist sehr, sehr viel Energie. Ja, also da müsst ihr gucken, wer sich von euch da jetzt so angesprochen sieht. Also wir sind hier mit den Münzen unterwegs und wir haben hier die, jetzt muss ich die Brille aufsetzen, sechs der Münzen, ja, also da ist jemand, der jetzt so weit ist, dass er ins Geben und Nehmen möchte, dass er für sich erkannt hat, dass es ein Miteinander in einer Beziehung ist, ein Füreinander. Wir unterstützen uns gegenseitig. Wir zeigen uns unsere Liebe. Wir sind offen. Wir wollen gemeinsam weiter. Wir finden den Mittelweg. Wir reden miteinander und laufen nicht weg. Ja, das ist schon mal sehr schön. Klar, der hätte hier durch seine Transformation auch gewisse Ängste hinter sich liegen dürfen, verarbeiten müssen, um weiterzukommen. Ist auch die Karte der Seele, der Intuition. Wenn er hier sehr viel Feingefühl hat und dem folgt, ist das natürlich sehr, sehr positiv. Das ist ziemlich offensichtlich. Wir haben hier noch eine Münzkarte. Ja, wir sind jetzt also mit den sieben Münzen hier letztendlich gesehen auch noch unterwegs. Das ist jemand, der sehr geduldig ist, dir Zeit lässt und nichts überstürzen will. Er möchte dich hier in Ruhe kennenlernen und möchte hier auch auf ein stabiles, festes Fundament bauen. So möchte ich das jetzt mal formulieren. Darum ist das jetzt hier auch nicht unbedingt die schnellste Entwicklung, sondern der hat ja nun mal einige Erfahrungen gemacht, die er hier hinter sich gebracht hat und möchte hier jetzt letztendlich gesehen auch in etwas Neues, in die erfüllende, bereichernde Liebepartnerschaft einsteigen und nichts Oberflächliches mehr. Ja, da haben wir die Hohepriesterin. Die Hohepriesterin, die uns hier letztendlich gesehen sagt, dass er das auch in dir sieht. Und du bist jemand, die hier ziemlich offensichtlich ganz viel Intuition mitbringt und hier auch angebunden ist nach oben und somit letztendlich gesehen auch auf ihre innere Stimme hört. Dass du entscheidungsfreudig bist, ist ziemlich offensichtlich, denn die Königin der Stäbe ist das. Ja, und du weißt auch, was du willst. Du bist jemand, die vorwärts geht, in sich gewachsen ist, ihre Ziele erreichen möchte, aber durchaus mit ihm auf Augenhöhe ist in Form auch von Geduld und Verständnis hier miteinander und füreinander. Ja, und das ist natürlich eine super Kombination, was sich hier jetzt gerade findet. Ich hoffe, ihr seid schon alle soweit, um dem Herrn hier ja in die Arme zu laufen oder er euch, wie auch immer. Oder vielleicht ist er ja schon da. Ihr werdet es wissen. Aber hier ist eine ganze Menge möglich. Also hier ist schon mal eine ganz tolle Entwicklung. Ja, wir haben hier auch die drei der... Huch, das noch eine. Gut. Wir haben hier die drei der Stäbe. Und die drei der Stäbe ist ziemlich offensichtlich, dass er nach vielleicht auch einer Krise oder Ähnliches jetzt weiß, wohin er will. Mit auch der nötigen Motivation, um jetzt in den Erfolg zu gehen, seine Ziele verfolgt. Und was jetzt nicht nur beruflich angeht, sondern sicherlich auch in der Liebe. Wir hatten es ja drin, wo er hin will. Und von daher sind wir hier also wieder im Thema, dass ihr die Chance habt, gemeinsam weiterzugehen in dieser Partnerschaft. Weil ihr auch die Möglichkeiten habt, miteinander zu reden, den Mittelweg zu finden. Und ihr wisst, wo ihr jetzt hin wollt. Die Zukunft ruft. Das Ziel liegt euch vor Augen. Und letztendlich gesehen hier mit den Neuen der Kirche ist es genauso. Hier kommt die Zukunft zum Zuge, weil das jetzt von beiden Seiten in eine neue, andere Richtung gehen soll. Und in dem Fall ist es etwas, wo hier wieder die Bestätigung in das Ganze in den Erfolg gehen soll. In die Bereicherung, in die Erfüllung. Und wir breiten die Arme aus. Wir nehmen das alles in Empfang, was uns jetzt hier an Fülle entgegenkommen soll. An Freude, an Spaß haben, an überhaupt einer guten Zeit. Denn es sieht letztendlich gesehen so aus, es wird ja auch in eine Zeit gehen, wo wir nicht nur an unserem Ziel arbeiten, sondern daran auch ankommen. Und dann schließlich und endlich auch über längere Zeit, also es ist ja nicht eine kurze Zeit, sondern über einen langen Faktor auch ins Glück gehen werden. Ja, und dann soll es natürlich auch noch ins Happiness gehen, in die Freude, in das Abenteuer des Lebens. Na, der Herr hat hier super Vorstellungen. Keine Probleme, hat er alles hinter sich gelassen. Ich wünsche euch da echt, wir können euch aufhören, hier das Glück auf Erden. Gut, dass wir hier momentan alle zurzeit auf, ja, ganz schöne Umprogrammierung laufen. Und ich denke, das fühlen wir alle. Und dass hier auch zurzeit ganz extremst nochmal Altlasten, möchte ich es Ihnen nennen, anzugucken sind, damit wir uns da auch raus befreien und das loslassen, um wirklich den nächsten Schritt in etwas Neues, in eine andere Zukunft, eine neue Zukunft gehen können. Ja, den Schritt raus jetzt, den Sprung zu wagen in das Ungewisse, um hier jetzt gemeinsam noch etwas Neues zu erleben. Das sind ziemlich offensichtlich tolle Tendenzen. Das finde ich ganz toll. Keine Probleme. Sehr schön. Darf so bleiben. Ja, ich möchte jetzt mit, jetzt muss ich überlegen, Karten der Liebe, Volumen 1 von Karin Bönig, mal schauen, was er hier mitteilen möchte, was da hier jetzt kommt. Ich muss erst mal meine Brille aufsetzen, sonst kann ich das nicht lesen. Ja, vielleicht bist du schon längere Zeit alleine. Vielleicht möchtest du auch jetzt endlich eine Entscheidung, endlich wissen, wohin es geht. Du hast schon lange genug Geduld gehabt und es reicht jetzt. Der Geduldsfahn, der platzt gleich. Ja, hier wird aber trotzdem immer noch gesagt, ja, du befindest dich noch in dieser Phase und der Herr will ja nun mal vorsichtig und langsam und nicht im ICE-Tempo. Nein, wir sind eher Bummelzug. Aber es ist ja auch nicht verkehrt. Wir wollen uns erst mal wirklich neu kennenlernen oder generell kennenlernen, um auch zu wissen, dass es hier passt. Wir wollen nicht wieder in alte Kreisläufe, denn er ist nicht umsonst mit der Karte der Welt hier aufgetaucht. Als erstes hat hier etwas hinter sich gebracht, wo er ganz viel lernen durfte, erfahren sollte, über sich selbst, übers Leben, um hier auch schließlich und endlich den Sinn seines Lebens neu zu definieren. Ja, und da möchte er jetzt hin und jetzt nicht im Hauruck-Verfahren, sondern mit Bedacht, was auch nicht unbedingt verkehrt ist. Ja, ihr musstet euch begegnen, ihr seid schicksalhaft füreinanderbestimmt und ihr kennt euch sicherlich bereits gut, dass dann Feuer und Flamme ist und Sex viel Spaß macht, muss ich euch nicht erzählen. Das ist meistens so. Und letztendlich gesehen sieht es so aus, dass ihr jetzt gemeinsam weiter sollt. Das war jetzt kein Zufall, dass ihr euch da über den Weg laufen solltet. Nein, ja, hier ist nochmal die Bestätigung gut. Die Karten wiederholen sich, dass etwas zu Ende gehen soll. Etwas altes ein Ende nehmen soll, damit es jetzt hier etwas Neues beginnen darf. Ja, gut. Okay, wir haben hier also auf der ganzen Ebene die Wiederholung der anderen Karten. Mal schauen, ob das hier auch kommt. Ja. Du darfst ihm unterstützen. Ihr sollt miteinander gehen und auch du wirst ihm ein Stück eures Weges, den Weg zeigen. Und er wird dir hier aus Liebe folgen. Das ist so. Ja, wir haben hier, also dass er etwas losgelassen hat. Er will hier mit dir weiter, wenn es hier tatsächlich in der Vergangenheit jemand anderen gegeben hat. Er hat sich dafür entschieden, dass er mit dir hier in die Zukunft will. Na, das sieht doch schon mal super aus. Gut, mal gucken, was da noch kommt. Da fallen sie. Ja, höchstwahrscheinlich bist du auch auf deinem Weg an einer Brücke angekommen. Und du gehst über die Brücke, du gehst über die Brücke, bist über die Brücke gegangen, um für dich bereit etwas Neues zu beginnen. Und er kann dir hier in dem Moment nur folgen, wenn du den Herrn hier schon kennen solltest. Du bist in der Selbstliebe. Er wird dir folgen oder er kommt auf dich zu, falls es jemand Neues ist. Denn auch er ist so weit, das Alte hinter sich zu lassen und etwas Neues beginnen zu wollen. Das ist wirklich so. Ja, wir haben hier schließlich und endlich die Tendenzen aus der Vergangenheit, die hier nochmal reinspielen. Er war in einer Zeit, wo er dicht gemacht hat, wo er sich sehr verletzt gesehen hat. Und er hat letztendlich gesehen nicht aufmachen, wollte aus Angst, dass man ihn da wieder verletzt. Nein, will ich nicht mehr. Und er merkt aber, dass diese Liebe nicht aufzuhalten ist. Die Liebe generell, die Liebe zu dir, wenn man sich hier neu begegnet, eben auf einer anderen Ebene wieder sieht, beziehungsweise, falls es denn ein neuer Mann ist, dass, ja, diese Barrikaden da sicherlich irgendwann einstürzen und er da nicht anders kann, auf diesem Weg, den er jetzt zu gehen hat mit der Welt, sich auch für diese Gefühle wieder zu öffnen und sie zuzulassen. Das wäre wichtig, ja, dass ihr hier schicksalsbedingt irgendwo zusammengehört, sagen auch diese Dualseelen, das ist ganz einfach so. Und von daher habt ihr beide an euch gearbeitet und seid weitergegangen für euch selbst, um euch jetzt hier zu begegnen, zu treffen, weil das jetzt gerade passt. Haben wir hier noch was oder war es das jetzt? Ja, das ist wahrscheinlich auch noch Vergangenheit, dass man logischerweise, das weiß jeder, der diesen Weg schon gegangen ist und darauf geachtet hat, immer mal wieder auch seine Zeiten hat, wo man fix und alle ist, weil das Ganze eben relativ viel Kraft und Zeit und Energie kostet. Man jetzt aber an einem Punkt angekommen ist, wo man das Ganze jetzt nicht mehr will und einen neuen Weg einschlagen sollte. Und er ist hier nach den Tendenzen jetzt auf dem richtigen Weg. Das ist sehr schön. Er ist gewachsen für sich selbst. Er hat jetzt das Vertrauen in sich selbst, auch auf dem Weg, die Ziele jetzt zu erreichen, die er sich jetzt vorgenommen hat. Auch wenn er das Schritt für Schritt tut und das Ganze etwas langsamer geht, ist es nicht verkehrt. Denn dann kann es auch auf jeden Fall etwas Beständiges werden. Sein Herz ist geheilt und er ist hier gewachsen an den Aufgaben, die ihm das Leben gezeigt hat. Ob ihr euch hier genügenderweise etwas gespiegelt habt, das wirst du wissen. Die Emotionen, die er in dir ausgelöst hat, hat etwas mit dir zu tun. Er ist nur Auslöser, er ist nicht Verursacher. Und da darfst du hingucken und nicht mitnehmen und nicht auf ihn projizieren. Ja, ob du schließlich und endlich irgendwann genug hattest, den Weg in eine andere Richtung angetreten bist, wirst du wissen. Ja, auf jeden Fall musste er dadurch, du auch und ihr seid für euch gewachsen, nochmal. Denn ihr habt hier die Möglichkeit, ziemlich offensichtlich jetzt gemeinsam weiterzugehen. Denn er merkt auch, dass du anders bist als alle anderen. Und die Liebe, die er jetzt empfindet, die wächst von Tag zu Tag. Ja, das sind doch schon mal super Aussichten. Das hört sich alles sehr gut an. Dann gucken wir jetzt mal mit den Weisheitskarten von Colette Barrel-Ride, ob hier noch eine Botschaft für dich ist. Der hat sehr viel hinter sich gelassen. Du wirst wissen, ob es dein Herzblatt ist oder gegebenenfalls jemand Neues, der hier auf dich zukommt. Er ist auf dem richtigen Weg, du bist auf dem richtigen Weg, ihr werdet euch treffen. Ihr seid gewachsen und ihr habt hier die Chance, jetzt etwas Gemeinsames aufzubauen. Die Liebe ist da, das Wachstum ist da, der Wille ist da, der natürlich dann auch sein sollte, damit es auch was wird. Aber letztendlich gesehen ist er so weit. Du bist so weit und dann kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Scheinbar will mir das Weisheitsorakel hier jetzt nichts weiter sagen. Kommt noch mal eine Karte oder eher weniger. Ja, das ist auch Bestätigung. Da musst du erstmal aufgeräumt werden, bei jedem von euch, in euch selbst. Und darum kann es jetzt, weil wir wissen, wo es hingeht, ins Geben und Nehmen gehen. Keiner macht sich abhängig von dem anderen. Jeder ist bei sich selbst. Ja, da war er alleine bei sich, um sich zu reflektieren, sich anzugucken, um hier auch zu wachsen, erwachsener zu werden, in eine andere neue Reife zu gehen, um auch für sich selbst ein neues Ziel zu haben, zu finden, das anzugehen. Dazu gehört manchmal auch, bei sich in der Stille anzukommen, einfach auszuruhen, wieder zu Kräften zu kommen. Das ist ganz wichtig. Ja, ihr seid Seelengefährte, es ist da. Es geht hier jetzt in die Veränderungen, ziemlich offensichtlich. Ihr solltet flexibel sein. Es geht in die Ausgewogenheit. Hier ist noch Geduld angesagt, aber ihr werdet den Sprung ins Ungewiss zu tun. Da ist auch noch das Traute Heim. Gut. Ja, mehr möchte ich jetzt gar nicht legen. Das war jetzt Kurzfassung in Richtung hoffentlich demnächst Wochenende. Ja, ich wünsche euch ein tolles Wochenende. Habt Spaß auf dem Weihnachtsmarkt, wenn ihr hingeht. Ich wünsche euch jetzt schon mal einen ganz tollen Beginn dieser hoffentlich sehr besinnlichen, ruhigen, angenehmen Adventszeit. Genießt sie. Seid doch mal allein. Kommt in die Stille. Dafür ist diese Zeit jetzt da. Nicht denken, ich bin einsam. Nein, einsam ist Abhängigkeit. Einsam bedeutet, ich brauche andere. Mache mich von anderen abhängig, um nicht einsam zu sein. Da sollte ich rauskommen. Das ist ganz wichtig. Egal welchen Alters ich bin, es ist nie zu spät. Ihr habt alle den Mut, die Kraft, die Stärke. Gewerdet euch dessen bewusst, dass ihr euer Leben in eurer Hand habt und das Leben jetzt anders laufen kann, wenn ihr die Schritte geht. Gut, aber nichtsdestotrotz, ich finde diese Zeit toll. Ich mag sie und ja, Schnee haben wir auch. Super. In dem Fall ist alles da. Ich wünsche euch jetzt schon mal ein schönes Wochenende. Alles Liebe, alles Gute. Wir hören uns bestimmt bald wieder. Auch jetzt, dann hoffe ich jetzt am Wochenende mit einem privaten Video und dann auch mit all den Themen, wenn ich es schaffe, dass ich sie alle unterbringe, die noch ausstehen, die ihr mal angesprochen habt. Ich habe es nicht vergessen, nein, aber manchmal muss auch erst der richtige Zeitpunkt sein. Gut, und ich denke, das ist dann der richtige Zeitpunkt, um euch noch etwas mitzugeben für die nächsten, ja fast 30 Tage. 32, 33, wenn man den Ende November noch mitrechnet, um wirklich das ganze Jahr Revue passieren zu lassen. Seid stolz auf euch, seid stolz auf euch, was ihr für Schritte getan habt, dass ihr gewachsen seid in euch selbst. Klopft euch auf die Schulter, was ihr alles hinbekommen habt, was ihr vorher vielleicht gar nicht gedacht hättet. Ja, darauf solltet ihr stolz sein. Kopf heben, Bauch rein, Brust raus, Rücken gerade, habe ich früher immer zugekriegt, und vorwärts. Ja, das wünsche ich euch. Alles Liebe, alles Gute, schönen Abend, bis dann, ciao, ciao. Bis dann, bis dann. Vielen Dank.